hey leute was geht herzlich willkommen hier zurück bei mysheesh wir haben heute mal wieder neuen tabak für euch auf meinem kanal und zwar geht es um den neuen adaglia und zwar um adaglia capri wir haben ja jetzt letztens schon mal das adaglia punkman oder den adaglia punkman vorgestellt in einem video und es kamen ja zwei neue adaglia sorten raus und einmal davon ist halt der capri wer adaglia auf instagram verfolgt hat wahrscheinlich das ankündigungsfoto von adaglia capri gesehen und da war ja eine capri sonne im hintergrund und capri und capri sonne oder capri sun wie es jetzt neuerdings heißt klingt ja schon relativ ähnlich und das ganze soll nämlich sein capri sonne orange genau das soll sein capri sonne orange mit aber noch mango dazu und mandarin also quasi ja orange mandarin und ja vordergründig orange mandarin mango so genau das sollte das ganze sein bin ich auf jeden fall mega gespannt drauf weil orange ist eigentlich ein flavor den ich nicht so krass feuer aber naja wir kommen erst mal wieder zu den grunddaten vom tabak 200 gramm wie immer bei adaglia 16,90 der tabak braucht auch wieder keinen schrott genau wie der punk man da brauchte er auch keinen und dann riechen wir mal hier dran ja also einfach eine krasse mischung aus orange und mango wobei die orange nicht so stechend krass ist wie bei anderen tabakten und ist auch eher eine süße statt eine säuerliche orange ist dann habt ihr im hintergrund den mango und so ganz im unterton schwingt diese mandarin so ganz leicht mit aber dies vielleicht fünf bis zehn prozent also dies auch relativ schwer rauszuriechen ja genau so würde ich das gar nicht beschreiben aber vom geruch her sehr sehr lecker sehr sehr sommerlich kommen wir feuchtigkeit und schnitt also erstmal feuchtigkeit wieder top ja perfekt eingezogen einmal umrühren und ihr habt absolut keine überschüssige molasse ja also adaglia typisch absolut top von der feuchtigkeit her schnitt muss ich auf jeden fall krass bemängeln da hat adaglia richtig heftig nachgelassen warum weiß ich nicht oder ob das nur bei den neuen sorten jetzt ist oder ob das jetzt wieder standard ist ich weiß es nicht aber ich habe hier so extrem viele äste drin ja das ist gefühlt wirklich nur ein tabak bestehend aus platt aber werdet ihr dann auch gleich im kopf war noch mal sehen also so viele äste habe ich noch nie in dem tabak gehabt das ganze ist auch wieder relativ grob geschnitten aber ich zeige euch das mal hier ich denke ihr seht das jetzt so schon ganz gut dass ja das da einfach wirklich sehr viele blatt adern drin sind das bin ich so auf jeden fall nicht gewöhnt und vor allem nicht von adaglia aber nichtsdestotrotz wir wollen ja das wichtigste bewerten und das ist natürlich der geschmack wir machen uns jetzt hier auf jeden fall erst mal unsere capri sonne orange auf und dann würde ich sagen wir gehen jetzt über in den kopfbau im werkbund zeus locker fluffig gebaut das ganze smokebox drauf und drei kohlen im werkbund zeus heute wieder auf der most breeze und wir sehen uns hier nach dem kopfbau im schneller schlauf wieder also bis gleich so leute willkommen zurück kopfbau habt ihr ja gesehen und ich glaube ihr habt auch ganz gut gesehen wie viele ästchen da wirklich drin und dann würde ich sagen wir schnacken gar nicht mehr lange drumrum sondern nehmen hier mal den ersten zug von madaglia capri und gucken mal ob das schon warm ist ja und ich würde sagen der ist auf jeden fall da ja auch entwicklung kann man auf jeden fall nicht schmeckern die ist super wie ist das ganze jetzt geschmacklich also ich muss tatsächlich sagen also so dass beides jetzt in kombination also ein schluck vorher nehmen und dann den zug vom capri bombe es ist wirklich lecker und er schmeckt sehr wirklich sehr ähnlich zum capri sonne orange also so nah an den getränketabak muss ich echt sagen habe ich bis jetzt noch nichts oder noch kein hersteller gehabt er wirklich so nah ran gekommen ist die capri sonne ist auf jeden fall wesentlich süßer aber er schmeckt hier im vordergrund auf jeden fall eine mango also die ist schon sehr stark die habt ihr natürlich in dem getränk glaube ich nicht drin ich lese mal schnell nee hier ist wirklich nur drin orangensaft zitronensaft klimettensaft ja und ganz viel zucker aber ihr habt beim tabak im vordergrund eine mango note die allerdings nicht aufdringlich ist und auch nicht gar so süß sondern sie ist eher ja natürlich gehalten und bringt so eine gewisse herbe note mit und dann habt ihr eine sehr sehr doch dominante orange die allerdings auch nicht aufdringlich ist ich mag hat das bei also ich mag orange und habe generell nicht so sehr weil ich die orange immer relativ aufdringlich finde das ist hier auf jeden fall nicht so es ist eine süße also erstmal grundsätzlich es gar keine orange mal davon abgesehen aber die ist hier sehr sehr lecker ich würde sagen sie ist auf jeden fall nicht aufdringlich sie ist auch ein stück süß aber nicht also das absolut nicht sauer was man ja bei einer orange eigentlich erwarten würde da ja ja orange eigentlich leicht säuerlich ist es halt eine zitrus frucht aber das habt ihr hier gar nicht und diese orangen mango note wird abgerundet oder sehr sehr schön abgerundet wie ich finde von von dieser mandarinen note die einfach noch mal so in so einen saftigen schuss mit gibt ja also der tabak schmeckt sehr stark so in die saftrichtung und allgemein sehr sehr fruchtig und nicht so dieses standard zitrus früchte ding also es schmeckt nicht so standard nach zitrus früchte tabak sondern wirklich sehr sehr lecker fruchtig und absolut halt nicht sauer aber auch nicht sehr süß aber auch nicht herb oder so als es ist so eine so eine neutrale saftnote total passend wie ich finde sehr sehr lecker sehr lecker und kommt dem getränk wirklich sehr sehr nah ja die kommt auf jeden fall sehr sehr nah klar die kaprisonne orange die ist wesentlich süßer aber hier ist ja auch gar keine ahnung wie viel zucker drin ich gucke mal hier sind drin 8,6 gramm auf 100 milliliter also das ordentlich zucker drin ja also von der süße auf jeden fall die kaprisonne dominanter aber der tabak auch mit einer leichten süße auf keinen fall zu süß und für mich finde ich das ist ein sehr klassischer sommer tabak anders als andere sommer tabak aber ein sehr schöner sommer tabak allerdings muss ich sagen adalia hat den zu spät rausgebracht denn hätte man anfang sommer rausbringen müssen dann wäre das wahrscheinlich der sommer tabak 2020 geworden für mich ein ticken zu spät rausgebracht aber mega mega lecker ja drückt übrigens nicht kratzt nicht ja also top tabak das einzige was ich wirklich bemängeln kann bei dem tabak ist der schnitt und das war's und das war's eigentlich auch schon wieder ja also wirklich ein sehr sehr leckerer tabak der dem getränk super super nahe kommt von daher hat adalia hier wieder mal alles richtig gemacht und das denke ich ist auch ein gutes schlusswort und ein gutes fazit gewesen und dann bleibt mir von mir nichts weiter zu sagen außer ich hoffe ihr schaltet das nächste mal wieder ein lasst mir gerne like da über ein abo würde ich mich richtig freuen und bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal hier bei mei schisch